Ei, 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 übelstes Mistwetter hier, übelstes Mistwetter, aber was tut man nicht alles, wenn man mal ein paar Brocken ziehen will, also raus mit den Routen, zack, 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 dreimal schweres Gerät und dann hoffen wir auf dicke Bummer. Ja, Wildkarpfen wären interessant, Wildkarpfen, Marmorkarpfen, alles in der Art, sollen gerade hier schön an der Suche laufen und das testen wir natürlich gerne, denn das sind so ein paar Brocken, die richtig gut XP's bringen, das lohnt es immer schön und sie sind schön kampfstark, da kann man mal geil in den Drill reingehen, gucken wir mal was geht, ich habe gerade mal drei Routen ausgerüstet, rausgeschmissen mit so einer Grillmische, ich habe ein bisschen Thunfisch genommen, auch mal eine Kombination, auch da natürlich eine Futtermische bzw. ein PVA dann mit rangehangen und dann gucken wir mal was geht, wäre ja nicht so schlecht, wenn da was geht, wobei ich natürlich die ganze Zeit schon damit liebäugel, hier einfach mal den Tauwurm reinzuschmeißen. Tauwurm auch der große Klassiker, wisst ihr was, wir machen das einfach mal, ein Set, einfach mal direkt auf den Tauwurm und dann auch da mal gucken, ob da nicht noch was reinballert, warum denn auch nicht. Guck mal, hier haben wir einen 2.0er Haken, gehen hier nochmal auf die Inline, den Rest lassen wir so wie es ist, Tauwurm dran und auch hier wieder raus damit, auf 30 Meter geklippt. So, schön absinken lassen und kann losgehen. Ja, ob jetzt hier richtig was geht, werden wir sehen, das ist halt immer die große Frage, es werden ja immer verschiedenste Spots gepostet, verschiedene Cacher gepostet, sowas zu sehen ist halt immer ganz geil. Die Frage ist dann eben auch immer, ist es für jeden was, fängt da jeder was, kann man das nachmachen? Hier von der Position her, wir sind hier an der Sura, ein Gewässer, was ja übelst verschrieben ist und ja immer wieder mal ein bisschen zickig ist oder auch schwierig ist zu beangeln. Allerdings hat die Sura auch immer wieder ganz geile Stellen und beziehungsweise auch geile Fische, ob man hier auf Wels geht, ob man hier auf Zandersteinschill geht, Wildkarpfen, Marmorkarpfen, also es gibt doch immer mal wieder ein paar gute Stellen hier an der Sura. Rotaugentrophäen kloppen und und und, klappt immer mal wieder, von daher, ja, das Gewässer nicht gänzlich abschreiben. Ähm, wir gucken mal eben auf der Map, wo wir hier jetzt gerade stehen, da oben in der Kurve und wir ballern hier quasi mit 30 Meter genau hier zwischen das 3 und 8 Meter Loch. Vor Jahren auch immer wieder geil, man kann hier, hier ist so eine Steilwand, sogar durch die Büsche, hier ist so eine kleine Stelle, durch die Büsche ins 8 Meter Loch reinwerfen. Oder wenn man mit dem Boot unterwegs ist, dann könnte man das sogar von hier, von der Sandbank aus machen, von dieser Landzunge geht auch alles, ist ja direkt hier gegenüberliegend. Das waren auch jahrelang immer mal wieder ganz geile Spots, gerade auch hier in diesem sandigen Bereich, dass man da zum Beispiel auch auf Sterlitz gegangen ist und so. Also, ja, aber die Zeiten sind, naja, die sind vielleicht nicht wirklich vorbei, dass der Fisch da ist, aber die Zeiten sind vorbei, dass man da angelt, weil es einfach auch bessere Stellen gibt oder populärere Gewässer. Also, ich teste jetzt, würde ich sagen, erstmal noch ein bisschen, ich habe gerade erst frisch ausgeworfen, ah, guck mal da. Und zumindest der Tauwurm, der reagiert sofort, das ist ja nett, das ist ja nett, weil bei den PVA, beziehungsweise bei den Boilies kann ich mir vorstellen, dass es eben alles noch ein bisschen dauern wird. Letzten Endes bin ich aber auch echt ein Fan davon, gerade eben auch mit simplen Ködern ranzugehen, Basisköder, gerne in Kombination mit einer Futtermische, gerne in Kombination eben auch mit dem PVA. Aber wenn man hier gute Ergebnisse erzielen kann, nur mit dem Tauwurm, ist das natürlich nicht so schlecht. Schön simpel, dicken Fisch dran und gib ihm. Gucken wir gleich mal, was da noch geht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man hier irgendwas Muscheliges oder so reinschmeißen kann. Sterlets, kleine Störe und so sind ja auch hier drin. Durchaus möglich, dass man das hier triggern kann. Na, ist er weg? Gucken wir mal eben rein. Oder ist er, hat er gebissen? Ne, die Schrift zuppelt nicht. Dann zuppeln wir nochmal kurz dran. Gucken wir mal, was geht. Ich würde sagen, ich mache trotz allem erstmal einen kurzen Break. Wir lassen hier die Futtermische mal ein bisschen einwirken. Ich glaube, ich werfe die sogar noch zwei, dreimal raus jetzt. Bisher sind viermal Futtermische erst drin. Und da kann, glaube ich, noch ein bisschen was rein. Gerade mit der starken Strömung gerne ein bisschen mehr. Tja, jetzt tatsächlich nochmal das erste Gezuppel hier auf dem Tauwurm. Ich habe gerade nochmal neu rausgeworfen. Allerdings hier mit einem 1-0er-Haken jetzt. Vorher hatte ich einen 2-0er-Haken drauf und habe mir schon gedacht, das ist vielleicht auch ein bisschen zu feist für den normalen Tauwurm. Und jetzt hier mit einem 1-0er-Haken auch direkt Ergebnis. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier auch auf entspannt die Nacht über gerne mit einem 1er-Haken stehen kann. Gerade auch für sowas wie Sterlitz oder sowas sollte das eigentlich reichen. Komm mal ran hier. Der erste kleine Wildkarpfen. Den lassen wir gleich wieder frei. Aber immerhin schon mal ein Indikator dafür, dass wir die Fischis hier haben. Jetzt müssen wir bloß nochmal gucken, dass wir die richtigen Brocken auch rankriegen. Und dann schmeckt das auch. Und da zuppelt es direkt weiter. Gerade erst ausgeworfen und da zuppelt es weiter. Auch hier habe ich im Vergleich zu vorher nochmal ein bisschen was geändert. Ich habe hier Pellets 14 gemacht, Süßwasser-Grill 14, also Thunfisch und Krill. Das Ganze hier mit Krill und dem PVA. Gehe ich im Detail gleich auch nochmal drauf ein, ob das hier wirklich gut funktioniert oder nicht. Das muss natürlich erstmal wirklich getestet werden. Wenn man hier schon so eine Kombination macht mit Krill, mit Thunfisch, dann muss das natürlich auch laufen. Hilft ja alles nichts. Alter, nicht dein Ernst, ey. Das ist ja ein Ding. Eine fette Schleie hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Außen tief ein 3 Meter Loch hier im Freiwasser. Das ist ja witzig. Auf Thunfisch und Krill. Abgefahren. Wirklich abgefahren. Puh, das sind Dinge. Also war ich jetzt gerade echt ein bisschen überrascht, aber absolut spannend, wenn hier so eine Schleie reinballert. Warum nicht? 5 Kilo Wildkarpfen schmeckt schon so langsam vom Gewicht. Gerne natürlich die Wildkarpfen im Bereich von 10 Kilo. Das sollten sie schon eigentlich haben, damit es sich auch kohlemäßig lohnt. 5 Kilo, naja, passt. Ja, dann gehen wir jetzt mal rein hier in den nächsten Drill, würde ich sagen. Schön runtergegangen die Rude und zieht auch noch ein bisschen ab und direkt die nächste. Auch hier habe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen was getan. Und zwar habe ich hier auch da wieder den Haken kleiner gemacht, auf einen 1 Nuller Haken. Auch da wieder runter vom 2 Nuller. Bin, ja, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass ein 2 Nuller mit der Chance halt auf den Wildkarpfen auch deutlich angenehmer ist. Scheint hier gerade nicht wirklich so gut zu triggern. Boily Größen, es sind 14er Boilies und 16er. Können wir gleich auch noch mal reingehen. Und auch hier natürlich, ja, mit Dip und PVA. Ich glaube, ich werfe jetzt gleich die beiden Routen noch einmal aus mit PVA. Und dann, danach lasse ich es aber, glaube ich, erstmal von der Anzahl her, sollte das so langsam genügen. Vom Fisch her sieht das schon mal ganz schön aus. 6 Kilo, ja, ballert schon mal ganz geil rein. Auch mega geil, halt immer so von diesen Färbungen, dieses leicht Lila, ne. Mega geil, grünlich, hinten das rote Wildkarpfen auch immer. Mega geil, ey. Macht auch echt Bock. So, wieder raus damit. Genau, jetzt hatte ich gesagt, noch einmal mit der Futter-Mische, also mit dem PVA. Auch nochmal raus auf 30 Meter. Mistwurm. Äh, Mistwurm sag ich. Tauwurm verhält sich sehr still. Da geht nicht mehr viel. Aber dafür ballert jetzt dann doch nochmal, ballert es mit dem Boilies wieder gut rein. Das ist schön, so soll das sein. Thunfisch und Krill in Kombination. Hier gehen bestimmt auch noch andere fischige Kombinationen. Aber auch das funktioniert, wenn man halt dementsprechend sein PVA angemischt hat. Dann sollte das auch funktionieren. So, vom Gewicht her würde ich sagen, ist er jetzt nicht wesentlich größer als gerade eben der vorherige. Muss aber auch gar nicht sein. Ich hätte lieber eine etwas größere Frequenz dafür. Das wäre doch angenehmer. Lieber mehr Fische. Schön konstant. Dass man... Oh, komm mal auf 8. Auf 8 schmeckt der Brocken. Schmeckt. So, wieder raus. Zack, auf 30 Meter. Jetzt würde ich sagen, das waren erstmal jetzt die letzten PVA's. Und da haben wir gerade noch über den Mist, über den Mist, über den Tauwurm, Alten. Über den Tauwurm gerade noch gequatscht. Und da meldet er sich auch und sagt, Alten, ich kann auch, ich kann auch hier schön die Wildies locken. Here I am. Äh, der hat sich jetzt richtig ins Zeug gelegt, der arme Tauwurm, Alten. Übelst abgedanzt unter Wasser. Und jetzt, zack. Links und rechts. Gehen wir mal ran. Zack, nochmal anschlagen. Boah, der hat richtige Leistung gebracht jetzt, Alten. Nass geschwitzt steht er da unter Wasser. Komplett im Schweiß. Und lockt erstmal den richtig schönen Brocken an. Pah. Ah, 55er. Alter Falter, ey. Der Tauwurm. Nee, ne. Kannst du nicht ausdenken. Da ist er wirklich zum Kindergarten gegangen. Und hat da versucht zu locken. Nee, Junge. So geht das nicht. Wenn, dann richtig. Also bauen wir das Set nochmal eben zusammen. Klassische Haar-Montage ausgewählt. Ledcore. Machen wir das. Schön Blei dran. Löbt. Einserhaken. Lassen wir. Sinkende Pellets und Boily in Kombination. Dann bauen wir drauf Thunfisch. Weil ja unser Set so zusammengebaut ist. Beziehungsweise unser PVA. Wir nehmen 14er erstmal. Wir nehmen Krill. Und zwar nehmen wir hier einfach Süßwasser Krill auch nochmal in 14. Den Dip nehmen wir auch nochmal. Den Krill als Dip. Wir könnten allerdings auch Thunfisch nehmen. Und dann haben wir hier das PVA-Kombination. Ganz klassisch für Wildkarpfen. Immer ganz gerne die Sonnenblumenkerne genommen. Warum auch immer. Scheint zu funktionieren. Man kann auch zwischendurch mit Sonnenblumenkern Boilies angeln. Hat auch mal eine Zeit lang an der Achtuba funktioniert. Extra Thunfisch-Feeds sind da mit drin. Lachstunfisch-Feeds. Rotakrill-Feeds. Heilboot-Feeds. Man könnte wahrscheinlich auch Heilboot-Pellets oder Boilies mal verwenden. Wenn man das halt so kombiniert. Und dann Atlantischer Thunfisch noch als Soße da drauf. Ab ins PVA gestopft. Und raus damit. Benutzen. Auf 30 Meter geklippt. Und jetzt habe ich doch nochmal ein PVA reingeschmissen. Das ist aber jetzt das Letzte. Siehste mal. Und ab geht jetzt auch direkt. Gerade erst gewechselt. Und schon freut sich die Route. Darf sie auch mal ein bisschen was arbeiten. Aber auch das ist noch nicht so wirklich dick. Ich hadere damit. Ob ich nicht doch nochmal ein bisschen die dickeren Boilies testen soll. Andererseits heißt halt dickere Boilies auch wieder geringere Frequenz. Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Naja. Immerhin maßig. Mit drei Kilo. Passt. So. Jetzt aber runter damit. Mit dem PVA. Wir haben genug reingeschmissen. Zack. Auf 30 Meter raus wieder. Und dann schön absinken lassen. Wie war das hier? Hier ist es jetzt auch noch dran. Hier auch noch. Also. Im Großen und Ganzen. Frequenz. Ihr seht es selbst jetzt hier. Zwölf Minuten in Folge lübt es. In der Nacht war nicht wirklich viel los. Allerdings muss ich sagen. Ich war auch in der Nacht noch mit den größeren Haken unterwegs. Und zum Teil mit größeren Boilies. 20er Boilies. 16er Boilies. Ich denke, dass die kleineren hier an der Stelle bis jetzt deutlich besser laufen. Andere Möglichkeit zum Testen wäre dann auch nochmal einfach hier grob in diese Richtung zu werfen. Ich glaube hier ist so langsam Ende. Ja. Man kommt hier nicht weiter durch. Also man kann natürlich auch in die Richtung werfen. Wenn ihr in die Richtung werft. In Richtung 8 Meter Loch. Aufpassen. Denn man kann da halt schlecht hinlaufen. Das heißt mit richtig starkem Setup kann man das natürlich gerne machen. Wenn man hier mit ein bisschen zu feinem Setup ist. Hat man halt wirklich die Gefahr, dass man leer gezogen wird. Wenn da ein fetter Wildkarpfen einsteigt. Auch das ist für mein Setup hier schwierig. Ein fetter Wildkarpfen muss auch ordentlich gedrillt werden. Alter, den habe ich eigentlich auch noch gesucht. Mega. Den wollte ich auch noch haben. Marmorkarpfen zwar auch hier aus der Kinderstube. Aber Marmorkarpfen auch richtig gut. Nice. Also auch die Marmorkarpfen sind da. Ich bin echt gespannt, was sich hier noch alles zeigt. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen länger durchziehen. Ich werde auch noch in die nächste Nacht reingehen. Ideal wäre natürlich, wenn es hier noch Sterlet oder sowas reinballert. Das wäre ein Traum. Gucken wir mal, was jetzt hier noch alles geht. Und ja, ich würde sagen, ich mache nochmal einen kurzen Break. Und dann gucken wir jetzt nach einer längeren Pause vielleicht gleich nochmal in den Kescher. Ja, wir haben immer noch konstant mistiges Wetter hier. Was soll ich sagen? Und jetzt rasselt es hier auf einmal dann doch noch wieder rein. Und es geht auch noch ein bisschen was in die Bremse. Sehr angenehm gerade. Ich denke, es werden hier noch jetzt ein paar mehr Marmorkarpfen sein. Was sich rauskristallisiert hat, ist tatsächlich komplett 14er Boilies als deutlich fängiger, deutlich ergiebiger. Auch von der Frequenz. Sobald noch irgendwo ein größerer Boily dran war, hat sich da gar nichts getan. Zack, alles auf 14er Boily geändert. Und schon lüppt der Lachs. Beziehungsweise hier der Marmor- oder Wildkarpfen. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier dran haben. Der hatte ja schon mal richtig Bock. Der wollte halt erstmal richtig Gas geben. Und da drüben jetzt gerade die nächste Rute schon wieder runter. Ich würde sagen, die beiden, die ziehen wir hier nochmal eben raus. Und dann gucken wir natürlich auch gleich mal rein, was denn hier die Fische so bringen, kohlemäßig. Ich versuche natürlich hier auch nochmal ein bisschen gleich mit der Strömung zu ziehen. Das heißt, hier ruhig ein bisschen weiter rüber gehen. Und dann versuchen halt mit der Strömung so ein bisschen mitzuziehen. Dass es auch ein bisschen leichter wird, ne? So, schön ein bisschen pumpen, aber nicht übertreiben. Wir haben ja keinen Stress. So, guck mal, so richtig wehren kann er sich nicht. Das heißt, er wird jetzt nicht übertrieben groß sein. Aber am Anfang ist er schon ganz gut abgezogen. Ja, doch, der hat noch Bock. Der hat noch Bock. Deswegen lassen wir ihm hier schön auch die Zeit, die er braucht. 31 Kilo Vorfach. Also im Großen und Ganzen recht stabil. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter hier. Wir haben ja hier die Chance, einfach weit rumzulaufen. Das heißt, wir können hier schön in die Kurve reingehen. Guck mal, da hinten lässt er sich schon sehen. Von der Flosse. Ich glaube, der liegt sogar leicht seitlich. Könnte ein Wildkarpfen sein. Ja, Wolski. Schön. Das schmeckt natürlich auch XP-mäßig immer wieder gut. Und Kohlemäßig sowieso. Ich muss ja jetzt so langsam wieder aufrüsten. So viel Kohle jetzt ausgegeben um Weihnachten herum. Jetzt muss die Kohle wieder reinkommen. Oh, jetzt muss ich ja aufpassen. Hier ist ein bisschen flach. Den müssen wir hier vorne hinziehen. Ja, sonst wird das hier zu flach. So, kommen wir auch ran hier. Und wir können auch noch ein bisschen hochdrehen. So. Kriegen wir nochmal ein bisschen gedreht. Ja. Na, komm ran hier, Alten. Da ist er. Da ist er schon zu sehen. Der dicke Wildi. Oha. Aber er will nicht. Er will nicht. So, dann ziehen wir ihn einfach mal ein paar Meter. Und zack. 16,6 Kilo. Alter, ist der lang, ey. Geiles Ding. Was eine lange Schnauze, Alten. Bam. Geiles Teil. Schön. Mitgenommen. 16 Kilo schmeckt. 16 Kilo schmeckt. Direkt weiter auswerfen. So. Zack. Raus damit. Gleich gegen Abend nochmal das PVA wieder. Alter, jetzt auf allen Routen. Jetzt auf allen Routen. Jetzt aber schnell, ey. Hier nochmal ein bisschen was Kleineres. So muss das sein, ey. So muss das sein. Schön in den Abendstunden rasselt es hier nochmal also richtig rein. Nichtsdestotrotz, die beiden nehmen wir jetzt halt noch eben mit. Dann machen wir einen kurzen Break sozusagen. Dann gucke ich direkt nochmal schnell ins, äh, in den Shop. Im Café sind die glaube ich nicht drin. Aber wir gucken dann natürlich nochmal eben kurz im Fischmarkt, was denn die Wildkarpfen so einzeln bringen. Hier haben wir jetzt einen Marmor dran. Auch richtig geil. Auch da natürlich super interessant. Was bringen denn die Marmorkarpfen ungefähr in der Gewichtsklasse? 8 Kilo. Auch schön. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. So. 30 Meter. Und der dritte. Auch der hatte immer noch Bock. Alter Falter, ey. Da geht das aber schön hier gerade auf die Pumpe. Der arme Angler hier schon richtig außer Puste. Einen dicken Drill nach dem anderen hier. Top. Also rausgezogen das Ding. Und da ist er auch schon rausgezogen. Sehr schön. Marmorkarpfen. Auch nochmal mit 12 Kilo. Alter. Mega gut. Richtig, richtig geil. So. Jetzt geht es hier in die Nacht hinein. Das machen wir aber jetzt nicht nochmal. Ich hoffe natürlich noch auf Sterlet oder vielleicht sogar einen kleinen Stör oder solche Sachen. Aber jetzt geht es erstmal in den Shop. So. Und da sind wir auch wieder endlich hier in der City. Es ist doch schon eine ganz schöne Rennerei. Keine Fische in der Art im Café. Doch schon eine ganz schöne Strecke bis dahin. Gerade beim Loslaufen habe ich dann doch nochmal ein Bimmeln gehört. Zack. Da muss ich natürlich nochmal eben hier den 10 Kilo Marmor rausziehen. Alter Falter. Das sind alles mal schöne Preise. Sortieren wir mal eben nach Preis. Also 16 Kilo Wildkampfen liegt bei 43 Ocken. 25 Ocken. Und dann sehen wir hier aber auch schon bei den kleineren 2020. Also es sieht alles noch richtig gut aus. Um die 10 Kilo, 8, 9 Kilo. Guckt euch die Preise an. Das schmeckt. Da kann man auch mal eine etwas geringere Frequenz haben. Fangzeit jetzt in Gänze hier 38 Minuten. Und wir sind bei 214 Tacken. Für so ein bisschen Fisch. Kann man machen, oder? Petri ihr Lümmels. Zieht raus die Brocken. Nicht mit zu feinem Setup hier hingehen. Die Dinge haben richtig Power. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags ab 19 Uhr. Petri. Petri.